Äh, Wurzelquadrat ziehen, Bruchmal geteilt Mathe! Ah, fick dich halt da, ich kapier's nicht, Mann! Herr Milchsack, ich seh bei mir da echte Probleme Ich verstehe nichts, wenn ich dir die Nummer 16 durchlese Wie war das noch einmal mit rausfinden von Unbekannten? Ich glaube, für mich müssen sie noch einmal bei Null anfangen Denn seit der fünften hab ich nicht mehr wirklich aufgepasst Weil ich mich sehr früh fragte Alter, wofür brauchst du das? Und ich will ihnen jetzt sicher nicht ans Deinpissen Aber Mathe ist kein bisschen Allgemeinwissen Denn wofür brauch ich Polynom-Division? Ich werd das nie verstehen, sie müssen's sowieso wiederholen Also, was hab ich in diesem Kurs hier noch verloren? Ich versteh nur X zwischen all den Wurzeln und Vektoren Und was labert ihr bitte über ein Teilverhältnis, der gerade Ich dachte, endlich sei hier meine zweite Fremdsprache Sorry, doch hier drinnen fühle ich mich wie ein Ausländer Fungiert hier irgendwo ein Mathehirn als Hauptspender? Lieber, können Sie mir da nicht weiterhelfen?